...straße und in Waltershausen in der Ordruferstraße. MDR Jump, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Haben Sie noch Staus oder Blitzer gesehen? Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 0800 123 2340. MDR Jump, einfach besser informiert. Und die Temperaturen, Wittenberg 12, Erfurt meldet 5 Grad, Leipzig 10, Riesa 12 und Gürlitz 14. Und morgen erst wieder Nebel, danach aber sonniger und mild, 19 Grad und die drei Tage Aussicht. Mittwoch, mehr Wolken, Donnerstag, Freitag trüb und wieder kühler. MDR Jump, Jump. MDR Jump am Abend mit Felix Schmutzer. Und jetzt dauert es nicht mehr lang und dann laden wir Sie wieder ein, unser Programmmacher zu werden. Einen Tag mit uns hier in der MDR Jump Redaktion verbringen und nicht nur über die Schulter zu schauen, sondern tatsächlich mit anzupacken. Wir verschaffen uns gleich schon mal einen Überblick, welche Einblicke Sie da alles bekommen, wenn Sie einen Tag in Mitteldeutschlands größtem Medienunternehmen arbeiten. Hier bei mir, in einer Viertelstunde. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Hause. Ja, das ist dein Tag in Mitteldeutschlands. MDR Jump. MDR Jump. Still we're chasing the perfect pretty light Where are you going? What you trying to find?